bämm hallo freunde neue session hallo 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 gut also fangen wir dann gleich schon mal mit missions an hier guck mal wie die packen da könnte ich schon ausrasten guck mal was denn? ihr guckt hier das anlorden ja ruf mal hier die stadtpolizei an die werden schon sehen was hast du mir jetzt gemacht? nö ich hab ich hab's gelöst so bist mein sachten man ja nicht so wie in der schule auch kannst du das bitte lassen also jetzt mal ehrlich also wenn jemand sagt zu euch also ihr ärgert den ne ihr mobbt den total ihr macht den fertig ja genauso wie nick ja ok stell mal vor ihr macht das bei einem oder einer macht das bei euch meint ihr der der mobber hört auf zu mobben wenn man sagt hör bitte auf das ist doch irrsinn das ist irrsinn es ist brrrr es ist brrrr es ist brrrr was ist das denn? guck mal dein fahrhig an mir was ist das denn? jessica 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 Radioaktiv? Das ist schön. Ich versuche. Jetzt, was du willst? Ich wollte nur wissen, dass du sehr gut bist, um meinen Mann zu geben, ich sollte den favoritzen. Keine Worte. Nachdem wir mit ihm sind, Carlos wird einfach so schön als Mera. Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wir das machen können. Wenn ich dich finde... Ich bin sicher, dass du etwas schrecklich machen kannst. Wenn du mir ein favoritest, wenn du dein Junge aufs Gesicht schrappst, ich bin sicher, dass Mera gab dir eine Chance, sein Partner zu sein. Oh, nee. Diese Mission hasse ich. Wirst du gleich sehen. Bleib zu dich, Willi. Gib dich zu Donnys Werkstatt! Jawoll! Mir wird auch gar nicht angezeigt, wie ich da hinkomme. Okay, jetzt aber. Oh, Ausfahrt verpasst, mein Gott, ey. Aha, dumm! Boah! 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 Ne, du wirst immer leiser und leiser. Ja, man, mach mal lauter ein bisschen. Soll ich dir lauter machen? Ja, dann schrei! Warum bist du jetzt tot? Alter, da könnte ich schon mal im Monitor nehmen. Nein, das ist nicht witzig. Das schaffen wir nicht mehr. Ja, wenn du fährst. Boah! Alter, was ist das? Nochmal. Ne, was machst du? Scheiße. Ja, da fang dir die Session schon mal gut an. Boah! 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 Du bist bei uns doomed, ab und? Ich hab' jetzt Spaß gemacht! Das haben wir dir auch Angst, das hab' ich gehört. Ja, das ist hier im Game, guck dir mal auf den Himmel. mach doch mal wenigstens die tür auf wenn du mich rausholen ja ja ist klar ja ich bin tot wir schmecken sich die ganadenrein guck mal das guck mal wie schön ich das mache ich wieder tot was auch hat gestellt ich will gerade wo bist du ja wir müssen ja aber jetzt um den laster bevor carlos stirbt kommen doch ich bin doch schon da weil die ich kann und stiert mann komme söhne hier wollen wir uns verarschen und sagt mich carlos e carlos ist doch ach so ja carlos mit genau er genau der carlos ja ja genau der ja ja der carlos der mit unserem klassen war ja wirklich ja du behinderter mann fängt euch alle ins knie alter so verpiss dich doch so scheiße holster kleine urgen kinder da könnte ich schon mal monitor nehmen ganz ehrlich die schaust der berlin wo ist der laster jetzt sind wir müssen ja das der laster ne 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 und ne 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 ich bin den schon auch dahin wo dahinten müsste er sein ja genau kann es gibt ja nicht mehr wo ich die scheiße die scheiße meinte ich nicht ich glaube also missionen also nächstes mal fahr ich ja dann kochen hundertprozentig mann wo ist er jetzt der weiße gesehen da da ist er doch nicht die gleich aus wie doch wo ist er jetzt mann das ist die frage ja mann ja ich komm gar nicht dazu ja wir sind tot wir brauchen das auto wir können sogar von dem checkpoint beginnen da müssen wir nicht direkt das ist so eine scheißuhren mission ja hier in der garage vielleicht wo auch talks stehen nicht alle trucks stehen in der garage komm komm rein mann du fetter spannend ich bin drin du doch mal let's go ey dieses auto ist so scheiße zu fahren vor allem kommen auch immer so hurenkinder hier kleine misstraßen scheiße der ist voll weit weg dieser scheiß nebel irritiert einen voll hier ja ich war schon scheiße aber mit dem nebel fahr ich noch scheißer geht nicht gibt es nicht so wir fahren jetzt gesittet ich fahr jetzt diesen weg der fährt eh da her ja deswegen nehme ich den weg ich nehme jetzt nicht die abkürzung ne kennt er uns hab mich nicht gesehen aber ich kann ja auch nicht treffen wir sind entweder zu weit weg oder ah 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 jawoll Sackgasse geh uns hilf Carlos komme raus warte ok fertig 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 ok ok guck mal wie abgepackt der jetzt aussieht guck mal boah scheiße ach das wird nicht sensiert ne fck 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 aah 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 ge aah 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 Also jetzt müsst ihr mal den Subwoofer aufdrehen. Da gibt es richtig viel Bass in der Melodie. Oh ja. Okay. Ach Carlos, ey. Also wenn wir die Bruder nicht schaffen, jetzt nicht. Okay, such mal ihr Auto. Guck mal. Haben wir schon gefunden. Guck mal. Ich weiß, wie man ein Auto herholt. Guck mal. Mit Pause. Ähm, Moment. Im Pause-Menü. Begleiter, nein. Das meine ich nicht. Nicht cheaten, ne? Nein, auch nicht. Nein, cheaten. Wo geht das denn nochmal? Ach, das war ja falsch. Falsches Spiel. Das war falsches Spiel. Ich fahr. Ja, ist klar. Da kannst du auch ein eigenes Auto nehmen. Nö. Nö, will ich nicht. Ich will mit dir zusammen, ihr kennt es hören. Carry on my way, Woodson. There'll be peace when you are down. Lay your green. Oh man, so eine Scheiße hörst du. Aber du willst nicht Justin Bieber hören, ne? Shorty with you. Shorty with you. Nein. Nein, ich hör die so schwuppeln. Es gibt viele... Ich weiß gar nicht. Haben wir Fans, die Justin Bieber hören? Bestimmt. Schreib's einfach mal in die Comments, ne? Ja genau, schreib dir in den Kommentaren, wer Justin Bieber-Fan ist. Ja. Wie weit ist es denn noch? Moment. Sind wir schon da? Nein. Wohin fährst du denn? Es gibt drei. Ach, wir haben auch Festung. Du gehst zum Auftrag, ne? Yo. Der ist nicht mehr weit. Nö, ist auch ein Schweiz. Ah, es hat nicht mal schweinisches Verhalten gehabt. Und heute war ich beim Firmenunterricht. Wow. Hat voll Spaß gemacht, ne? Wow. Ja. Wow. Nö. Na, war schon ein bisschen interessant. Also, so ist ja nicht... Interested. Oh. Interesting. Motherfucker. Jetzt muss der vor Twilight kommen. Das ist die Freundin von Maero, Nick. Ja, von dem Chef, der... Genau. Oh, so gut. Jetzt rachen wir uns. Alter, was ist das für ein Boss? Hey, Boss. Ich gucke Bobby und Amber. Kann ich warte? Nicht wirklich. Was ist denn? Maero's Freund hat nur in die Bank mit einem Schraubchen voll von Geld. Ich bin sofort über. Jetzt dürfen wir sie in Fürn, Nick. Ah! Ui. Geil, Alter, geil. Boah, ich schwöre. Geil, Alter. Beste auf der Welt. Beste wo gibt's. Der Beste wo gibt's. Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja, ich bin ganz falsch, ne? Ja, bist du falsch? Ja, wer ist falsch? Ja, du! Nein, ich bin richtig. Nein, ich bin richtig. Ich bin falsch, stimmt. Aber mal sowas von. Ah, dumm, dumm. Ah, kannst kein Auto fahren, ah. Wenn man falsch währt, dann hat es nichts damit zu tun, dass man nicht Auto fahren kann. Ah, du kannst keine Karte lesen, ah. Kein Name wie, ah. Ah, das stand da unten gar nicht. Das war gar nicht markiert, ah. Klar. Bei mir ist es markiert. Ja, jetzt. Nick, ich bin da. Ich geh noch nicht rein. Ich warte auf dich. Genau, warte auf dich. Jawohl, ich bin da gar nicht mehr im Traum. Den gerät. Bist du da? Ja, bin im Ausdruck, so ehrlich. Ich bin hier nicht. Okay, geh hinein und nimm Jessica als... Oh, Jessica. Als Geisel. Stier! Frack, du! Nicht unbedingt, die Schlampe, ne? Naja. Ich töne sie mal, ne? Die Hure da. Keine Fotze. Ey, ich will auch nicht. Okay, dann nehmen wir mal sie mit. Wo ist Jessica? Sie mal mit, da ist die Fotze. Ey. Jessica. Mom, bitch. Bist du ne Bitch? Ich folge dich. Achso, bitte. Bist du ne Bitch und keine Horde? Dann abonniere Apple War. Nein. Jetzt? Achso, ist deaktiviert dein Alarm. Ja, und jetzt? Ich weiß es nicht. Die mussten auch erst mal so. Und jetzt gehen wir raus, ne? Und uns ein geiles Super-Auto, ne? Alle raus! Ne, wir nehmen dir Sport-Auto für euch. Hä? Hallo? Where is the Out-Gank? Ah, hier. Ah! Yo! Yo! Fick! You son of a bitch! Yo! Yo! Fick dir das mal an! Was hast du denn hier? Ah! Jesus! Was ist da? Alter! Was? Ich bin tot. Ja. Purpose Arm! Alter, schweb ich bin tot! Alter! What the fuck? Das ist auch auf normal gestellt. Du darfst nicht aus, Zenik. Ja, lass mal lieber die von drinnen ficken. Ja, lass mal lieber die von drinnen ficken.